So aber jetzt ist ein Ende nahe Paintball in Falle eine schreckliche Wirkung die Kirche Schreie und hier hinter mir ist noch ein Bullfangen wo ich weiß es das nicht um dich kill war im Tod Heilige Scheiße weg da gar nichts wird hier gräutiges Garuga Gesicht nein ah weg da von was wurde er weggedrückt war im Kopf gelaufen ja diesen diesen komischen Warg kennen wir schon Garuga ja wie schnell geht eigentlich der Kraft und Panzer zusammen zwischen der okay das würde mit uns passieren wenn wir da gewesen wären dann werden wir jetzt tot dagegen kann man absolut nichts machen also nicht lustig ja super lustig so 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 es ist dafür damit zurückgeht natürlich trifft es mich damit mein Gott du bist zu süß oder auch nicht ich hasse dich auf dem panzer haben schon wieder leer fortgeliefert juhu das haben wir gerne ziel erreicht gar uga stone dach ich dachte schon jetzt kommt das ein trap und dann killt es noch einmal holen wir das zeug und dann fliegt es noch mal was hin und dann noch mal und dann geht es irgendwann schlafen und ja schön aber dem war nicht so und gar uga ist da und ich hoffe der war jetzt nicht zu langweilig beziehungsweise nicht zu dramatisch spannend vor allem mit dieser hässlichen visage ist es ist dramatisch ich weiß aber ihr müsstet durch ja jetzt bringt mir dein räudiges flöten euch zu einem räudiges stück mistvieh keine ahnung gesicht fehler keine ahnung auf jeden fall jo leute das war der garuga und wir sehen uns gleich im dorf noch mal hier noch meine rüstung und mein shadows und bis gleich das ist das wirklich coole endbild mit dem entschlag rein noch in der rugers visage rein wir bekommen hier höllenbeute zwei stück langes garuga ohrgleich eins und verjüngten schnabel der ist auch sehr selten das natürlich geil vielleicht können wir ja sogar gleich die weite funkt haben das man welcher albera wiederum schon besitzt deswegen habe ich mir jetzt auch selbst dazu gedrängt hat nämlich eigentlich gar keinen bock jetzt wieder zu machen aber wir müssen jetzt mal weiterhin kommen albera schon fast bei erkanntor und ich sag genau auch immer er soll jetzt nicht weiterspielen ist ja auch egal jedenfalls schauen wir was wir jetzt neues schönes machen können also lade etwas schneller bitte weil sonst muss ich leider hauen gut danke waffe verbessern hier wolltest du nein das sieht nicht gut aus wir brauchen noch ein langes garuga ohr und garuga mähne noch eine einzige ruhe man die kommt noch auf dem normalen und man so ein räude scheiß naja egal ich werde vielleicht heute abend noch mal machen damit wir den hammer weiter für machen können wir hier wiederum ziemlich gut ist die chance gleich noch mal an moment jo das haut natürlich ziemlich rein dieses gerätchen und jo ich komm bald wieder haut rein bis dahin tschau 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 tschau